Siehst du dort den alten Mann mit ausgetretenen Schuhen? Schlurft er übers Schlaster und er sieht so müde aus. Hin und wieder hält er an, nicht nur um sich auszuruh'n, denn er hat kein Ziel und auch kein Zuhause. Doch du redest nur von Einsamkeit und dass die Sonne für dich nicht scheint. Komm und gib mir deine Hand, ich führe dich durch unsere Straßen, ich zeig dir Menschen, die wirklich einsam sind. Kennst du die alte Frau, die auf dem Marktplatz steht, mit schneeweißem Haar, welke Blumen in der Hand? Die Leute gehen vorbei, sie merkt nicht, wie die Zeit vergeht, so steht sie jeden Tag und niemand stört sich dran. Im Bahnhofs Restaurant sitzt um ein Uhr in der Früh derselbe alte Mann und er sitzt ganz allein. Er ist der letzte Gast und das Aufstehen macht ihm Mühe, fünf leere Stunden, fünf leere Gläser Wein. Komm und gib mir deine Hand, ich führe dich durch unsere Straßen, ich zeig dir Menschen, die wirklich einsam sind. Siehst du dort den alten Mann mit ausgetretenen Schuhen, schlurft er übers Pflaster und er sieht so müde aus. Denn in einer Welt, in der nur noch Jugend zählt, ist für ihn kein Platz mehr und auch kein Zuhause. Komm und gib mir deine Hand, ich führe dich durch unsere Straßen, ich zeig dir Menschen, die wirklich einsam sind. Applaus Applaus